Servus und seid gegrüßt zu einer neuen Runde Let's Play Final Fantasy X und wir waren angekommen, äh... Ja, wir waren angekommen. Und genau, ich wusste es, ich hab beim letzten Mal noch was blinken gesehen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Ich wusste, dass da noch ein beschissenes Lexikon liegt. Ja, herrlich. So, äh, wir gehen weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was wir als letztes gemacht haben. Mein Kurzzeitgedächtnis, naja. Äh, äh... Ah, ja, oh, das ist eine schöne, das ist eine schöne Stelle. Da gibt es ja gar nicht. Und, oh, Aka, unser alter Freund ist auch wieder hier. Ja, großartig. Hm? Was? Großartig! Ja, zeichne mal her, was du hast. Wat? Der wird ja immer teurer! Alter! Kiff weniger! Bitte, ich bitte dich! Unglaublich! Äh... Nö, nö. Oh! Oh, dat ist natürlich genial. Dat nehm wir doch gleich mal für Riku mit. Äh, ja. Das ist eine Kiste, ich will die Kiste haben. Ja. Hi, da! Schaut mal an das. Das ist... Das ist... Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste, als ein Chocobo-Night, hm? Hey, was macht ihr mich da? Ja, ich glaube so auch. Hm, du weißt, ich könnte es einfach mal versuchen. Ich bin völlig unvorbereitet. Ich habe gerade gequatscht. Was soll denn das? Und auch noch ein Hinterhalt. Und jetzt verwirren sie auch noch Oren. Na, supi. Ich freue mich. Habt ihr es denn bald? So, jetzt gebe ich erst mal aufs Mohl hier. Ich glaube, ja, es geht los, ey. Was soll denn? Was ist das denn hier? Puss, unglaublich. Uh. Nein! Oh, das tut weh. Du Bastard. Unglaublich. Was machst du? Also, Oren ist in dem Kampf wirklich eine große Hilfe. Muss man ihm lassen. Hast du wirklich super gemacht, Oren. Unglaublich, der Kerl. Haut der einfach mal Titus tierisch eine mit dem Schwert über die Birne. Ja, gut. Man kann ja auch nicht wissen, dass hier einfach mal Kämpfe sind. Ihr hättet mir ja auch mal helfen können, ihr Arschlöcher hier. Na, stehen so dumm rum. Egal. Wir gehen uns mal ausbuden. Was ist das? Ach so, nee, den will ich nicht benutzen. Ja, es ist so ein Kombispheroid für die Elbed-Lexikas, aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich will die nicht laden. Das ist ja langweilig, wenn ich die Lade von meinem anderen Spielstand lade. So. Alles kann passieren. Sicher, dass du bereit bist, richtig? Ja. Zeig doch mal, was du hast. Mhm. Das ist ganz nett. Die könnten wir da auch mal mitnehmen. Ja, die nehme ich mal mit. Äh. Das ist auch gut. Überall HP plus und ein freier Slot. Also ein freier Slot ist immer gut, weil wir dann quasi aufwerten können. Nehmen wir alles einfach mal mit. Ne, die hat was besseres. Und den Reisering noch? Nö, ne, muss nicht. Der Schild? Ja, der Schild ist gut. Jetzt schauen wir gerade mal, ob wir noch was umbauen können. Äh, äh. Boah, wo ist es denn? Sollte mal irgendwie sortiert werden. Ah, ist es ja. So, was haben wir hier? Schutz, bla, Not, Ex-Eis, Abwehr, HP. Oh, das ist teuer. X-Potions, die sind teuer. Abwehr könnten wir noch draufpacken. Mh, ja, nee, dann lass mir erst mal frei. So. Können wir jetzt gehen? Ich bin zufrieden, ich warte. Können wir gehen? Ja, ja. Was hast du noch zu sagen? Na, nicht du. Der alte Opa hier, nicht du. Ich habe gehört, Frau Yuna ist De Witt, Meister Seymour. Es ist große Nachrichten. Ich möchte sie begrüßen. Aber es ist ein Schmerz. Ich hoffe, Frau Yuna würde die Schmerzen der Schmerzen und die Schmerzen zu Spirum bringen. Yuna wird noch eine Reise, auch nachdem sie heiratet wird. Ah, das ist auch große Nachrichten. Sie ist allgemein. Ja, dann würde ich doch mal hoffen, dass sie weiter macht. Ein Schmerz ist nicht, dass Menschen so schlecht fühlen, hm? Komm schon, das sag doch nicht. Hm. Ah, ich sage, was ich will. Seit ich als Kind war. Oh, also bist du jetzt ein Adulter? Du wirst es wissen. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Es gibt hier nichts Großartiges gerade. Ah, du stehst auch immer nur im Weg rum. Und noch ein Elbed-Lexikon. Die kommen ja hier alle auf einmal hier. Sehr herrlich. Frau Yuna, wir haben dich erwartet. Wir waren überraschend, dass du so schnell kommen hast. Wir sind überraschend überraschend, natürlich. Aber natürlich. Lord Seymour sends his apologies für ihn zu haben, ohne Notiz. Es ist ganz gut. Ich habe eine Frage, wenn ich mich verheirte. M'lady? Ich möchte, dass ich mich verheirte, selbst wenn ich mich verheirte. Du denkst, dass Maester Seymour mir will? Aber natürlich, m'lady. Herr Seymour wünscht nichts anderes, ich bin sicher. Auf Wiedersehen. Na gut, wir müssen die Gwotto-Tradition folgen. Ich muss dich hier warten, ein bisschen länger zu warten. Ich werde jemanden, um dich zu holen. Ich... Wir sind alle mit dir. Mach das wie du willst. Danke. Entschuldigung. Das war deine Liste. Yuna! Ja, Herr! Oh nein! Entschuldigung! Entschuldigung! Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr Arschkrampen. Drecks... Oh ja, jetzt kommt auch ein Kampf bevor ich da hingehen kann oder was? Wollt ihr mich denn verarschen? Wenn jetzt wieder hinterhalten... Ja, genau so wollte ich das sehen, du. Hab ich jetzt aber grad... Na gut, passt ja eigentlich... Das geht ja eigentlich ziemlich, äh, schnell. Ja, normal wäre ich jetzt hier geflüchtet, aber... Hm, das ist ja eine Kombi, die geht ziemlich einfach down. Ja, sehr schön. Außerdem will ich die Gruppe gerade noch, äh, vorbereiten. So, hier, Gruppe, was ist denn? Nein, damn, damn! Ähm, Mann, nichts klappt so, wie es will. Stand back. Thank you. Lady Yuna. Riku! Jetzt können wir fast alles lesen. Ja. Oh, nein! Oh, nein! Ja, das wollen wir ja nochmal sehen hier. Freundchen. Hm. Ja. Wollen wir nochmal seh- äh, seh. Äh. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja. Großartig. Ha, Freude. Kann ich das Ding angreifen? Nein, natürlich nicht. Wieso sollte ich es auch angreifen können? Kann Riku das Ding angreifen? Ach, weiße was. Scheiß drauf, ich geb Wocker einfach. Hast. Ja, natürlich geht nicht. Zauber versiegelt. Ja, ich bin auch so intelligent. Komm, seid ruhig. Dann mach ich halt mit ihr, äh... Werf ich irgendwas da drauf? Blitzkugel. Werf mal drauf. Piu, ja. So will ich das sehen, du. So will ich das sehen. Ja. Jetzt holen wir noch Titus rein und verteilen schnell hast. Als erstes mal einen Lulu, weil die jetzt zaubern kann. Danach einen Walker, damit der dann das Ding da und da machen kann. Ja, macht jetzt nicht so viel. Oh, oh. Au. Drei Runden. Ja, großartig. Ähm. Verdammt, ich muss alle drin behalten. Nee, geht nicht. Juna, heil mal gerade. Das macht schon böse Damage, der Nahkampf von dem Vieh. Aber okay. Äh, was? Kon... Das... Oh, das ist ein Konter. Ach so, ist das. Äh, dann gebe ich noch Hass auf Titus. Ja, ja, Schnauze. Sonst gibbet. Äh, ich hab ein bisschen Angst. Egal. Eat this. Dodge, komm schon. Jawoll. Lulu ist einfach zu genial. Die ist so gut. Ne, wir holen jetzt noch Auron rein, weil wir dann Kraftbrecher machen. Da macht der Nahkampf nicht mehr so viel Damage. Ja, Immun. Vergess, was ich gesagt hab. Ja, leck mich. Äh. Äh, was mach ich denn da? Hm. Ich glaub, das Sinnvollste in dieser Lage ist... Ähm... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Weil es ist einfach eine unschöne Situation. Äh. Hm, ja. Wir machen einfach Dragonik mal. Wieso nicht? Ach, scheiße. Das kontert der auch. Ja. War ja klar. Egal. Ich wollte Kimari eh nur mal kurz einsetzen, weil... Halt. So, take this. Yay. Zauber wieder versiegelt. Ich freu mich. Wieder noch eine Runde bis zum Magiestrahl. Willst du mich verarschen? Das geht's nur nicht. Gut, dann machen wir... Jetzt bin ich sauer. Nö, jetzt ist aus. Jo, jetzt... Jetzt wolltest du es so. Dann basteln wir mal was Schönes, ne? Ha. So, eine Elektro- und eine Blitzkugel. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, was ihr macht. Freunde. Bam. 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 Oh, ist das genial. Ah, ich liebe es. Ganz ehrlich. Das ist genial. Riku's Ekstase ist echt einer der genialsten, die es gibt. Und Lulu ist einer der genialsten Charstis. Wieso kommt denn der Magiestrahl? Oh, das könnte eng werden. Das könnte ganz eng werden. Wow, 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 wow. Ich muss auch kurz cutten an der Stelle.